Was eine Dumm-Touch-Aktion. Ich hoffe, man kann es erkennen, das Wetter ist sowas von bösartig räudig. Oh, der quatscht doch richtig, jawohl. Geht er noch? Ja klar. Mal gucken, ob du hochkommst. Der kommt halt hoch, die kamen. Boah, das ist richtig ein bisschen nach Benzin, der Oldtimer ist ja 30 Jahre alt. Huwe geht noch, jawohl. Mit dem Auto kannst du halt richtig fein aus Drifte üben. Ich bin die ganze Zeit im zweiten Gang und bleib fast stehen. Im ersten Mill dreht er zu hoch wahrscheinlich, oder? Da lamidiert er wahrscheinlich komplett. Wie hat der? Hat er vier oder fünf Gänge? Vier. Das dreht im ersten Mill. Das geht auch. Oh Mann, Leute. Wir haben einfach so einen Schwachsinn. Hey Leute, was geht hier ab? Oh, was hat er jetzt? Gleich will er nicht mehr. Okay. Mal wieder Schnee. Aber jetzt aus, ne? Die hochkommt. Ah, da kraxelt er. Jetzt war er zu langsam. Oh oh. Oh. Hör ich's noch an. Aber das packt er doch nicht. Doch. Hätt's mich halt zu langsam füllen können. Klapper, 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 klapper. Am losigen. Klapper alles. Hehehe. So jetzt. Jawoll. Oh der Gurt. Der fährt nicht mehr ein. Ja, ich guck, dass ich das innen kriege. Oh, hier sitz ich ja drin hier. Kann ich jetzt noch da hinten vorstellen? Wie geht denn das weiter? Rechts glaube ich, oder? Rechts. Typische Warnblinkanlage war, oh, jawoll. Freunde, der Lukas nimmt jetzt nicht mehr auf, aber ich bin irgendwie scheiße mit dem Fahren. Er merkt so einen oberen Polo. Jetzt klappt es, jetzt komme ich rein in die Kiste. Rubitz, Rubitz, Rubitz. Vorne Abweg. Okay, jetzt komme ich langsam mit. Jetzt haben wir eine Benzinkaniste umgekippt. Oh, jetzt richten sie den Alarm da, jetzt fickt die Kuppeln. Ne, das sind die Reifen. Wenn es den Völkern weiß, der hört, oh, 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 oh. Nichts passiert. Oh, 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 oh. Jetzt Euphorger Bono. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das hier die Frage hier. Da, was ist denn hier los? Bei der Kanikeljagd abgebrochen oder was? Na Freunde hier, da geht es ja steil. Jawohl, schönen Kreis gezogen hier mit der Benzinleiche. Ey, durch den Schnee sieht man halt gar nichts. Ja, voll verschwommen die Kamera. Fahr nochmal da runter. Ja, der wütende Golffahrer hier ist ja im Einsatz. Er ist so wütend, dass die Ampeln alle rot sind. Jetzt trifft er hier den Parkplatz kaputt. Lampetier, Lampetier, Lampetier. Das Benzinagraf gibt Fullgas. Kickdown mit 10 km auf deine Party hier. Oh, wir fahren schon 40, 60, 80. Komm, auf, gib ihn nochmal richtig. Noch mal richtig die Kupplung gefickt. Jawohl, jawohl. Du meinst, da hast du die Turbolade drumherum hier. Leute, das was hier so springt, das ist übrigens die Geschwindigkeit. Das ist kein Tacho. Das ist nicht die Tachoanzeige für die Drehzahl. Ja, für die Drehzahl, da muss ich nicht mehr sprechen. Die Schlittenaktion war so Bombe. Jetzt haben wir nochmal ein Spezial für euch. Kommen wir den Berg hoch oder nicht? Oh, der laminiert ja wie ein Rolls Royce hier. Oh, meinst du, wir kommen hier lebend unten? Ja, zappel, zappel, zappel. Das gute 30er Schild hier, wir halten uns dran. Sportfreunde, aber wir driften etwas nach links. Das Meer echt hochkommen, aber runter, dann kommen wir ganz schnell hier. Oh, 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 oh. Leute, jetzt geht es runter. Jetzt geht es den Bach runter, so fühlt es sich an. Wir kommen halt echt hier mit der Kiste runter, das würde ich niemals beim Auto machen. Ich hätte jetzt echt gedacht, wo du dann die Handbremse gezogen hast, jetzt ist Feierabend. Wenn ich ein bisschen länger gezogen hätte, dann wäre es ganz Feierabend. Ja, da wären wir da drüben drin wie der freudige Fortfahrer das letzte Mal mit seinem Fokus. Ja, hier seht ihr das Fahrzeug nochmal. Der gute alte Polo mit seinem Viergang Hakenkreuz schaltgetrieben. Ja, jetzt driften wir nochmal kurz vor dem Grab. Jetzt ziehen, jetzt ziehen. Ja, Freunde, der neue Skilift ist da. Alter, meine Fresse, meine Fresse. Oh, der Kiste ist kaputt. Scheiße, ey. Das habe ich nicht aufgenommen, wo wir da gerade voll richtig geschürt sind hier. Oh, sind wir das? Leute. Alter, das Ding steht da alle richtig schräg. Oh, Junge. Junge, Junge, Junge. Ich versuche mal. Ich hoffe, man kann das erkennen, aber das Ding, das guckt raus hier oben. Alter. Boah. Also jetzt, jetzt hat sie mal richtig lamidiert. Oh, jetzt ist ja alles top und schuss. Oh, so viel zum Thema. Kein cool was aber. Jawohl, die Karre, die hat einen gekriegt hier.